Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Im Hintergrund läuft mal wieder ein Gameplay von Battlefield 3 Ein bisschen Heli-Gebäsche wird das sein Und ja, da sind wir auch direkt schon beim Thema Denn ich brauche nämlich Gameplays Weil in nächster Zeit werden, denke ich mal, etwas häufigere Videos kommen Zum Beispiel jetzt hier zum Beispiel ein Ankündigungsvideo Oder auch, ja, vielleicht mal Commentaries, weiß man ja noch nicht Und dann brauche ich ein paar Gameplays Und zwar entweder von Battlefield 3 Oder von irgendwelchen Call of Duty-Teilen MW2, MW3, Black Ops 1, Black Ops 2 Call of Duty 4 wird auch noch gehen Weil ich finde Call of Duty passt einfach ein bisschen besser als Battlefield Weil bei Battlefield gehen die Runden einfach zu lange Und deswegen finde ich Call of Duty ein bisschen besser Ja, und deswegen brauche ich ein paar Gameplays Und ja, wenn ihr welche habt oder beziehungsweise Lust habt Uns welche zu erspielen Einfach bei YouTube eine persönliche Nachricht schreiben Und dann, ja, werden wir das schon ausmachen Beziehungsweise halt über Nachrichten klären Wo hochladen und so weiter und so fort Wie schicken und so weiter Und ja Wer also welche hat, kann man so als auch Push ansehen Vielleicht kleinere YouTuber, die noch nicht so viele Abonnenten haben Weil im Gameplay werden natürlich auch der Name genannt Beziehungsweise wird dann auch der YouTube-Kanal wahrscheinlich verlinkt sein Unten in der Beschreibung Und deswegen finde ich das auch Eher gesagt als kleiner Push Beziehungsweise, ja Wer einfach Lust hat, einfach bei YouTube eine Nachricht schreiben Oder in die Kommentare Aber bei YouTube eine persönliche Nachricht Wäre einfach ein bisschen besser Weil so kann man halt ein bisschen mehr sehen Wer halt Lust dazu hat Und wer nicht Ja Das große Abonnentenzocken Beziehungsweise wir haben ja jetzt Samstagabend Das heißt, das Abonnentenzocken Findet jetzt in dem Moment schon statt Weil das Video wird, denke ich mal, erst so um sieben oder halb acht online sein Und deswegen wird das Abonnentenzocken schon stattfinden in dem Moment Deswegen kommt einfach bei League of Legends on Wer uns noch nicht geedit hat Lars oder Dustin Katsu adden Steht auch nochmal in die Videobeschreibung Einfach uns adden Und dann Glück haben, dass wir euch einladen Und dann seid ihr schon dabei Und auch in der Folge Denn wir nehmen nämlich alle Runden auf Und deswegen, ja Wer Lust hat, einfach online kommen Und mit uns zocken und Spaß haben, ja Das war es eigentlich schon wieder Der Gameplay endet jetzt gleich hier auch Ich denke mal, obwohl das war ein schönes Heli-Gebäsche Muss man mal ganz ehrlich so sagen Obwohl ich war Bin irgendwie nicht so der Battlefield 3-Finder Das ist eigentlich ein richtig gutes Spiel Aber ich habe es einfach zu wenig gespielt Und ich habe es mir auch nicht so früh geholt Dass ich eine Bewertung darüber abgeben kann Aber Battlefield 4 werde ich mir auf jeden Fall holen Vielleicht kann ich ja da mal eine Gameplay erst spielen Bei Call of Duty ist das nicht der Fall Ich bin dafür einfach zu schlecht Und ich habe zu viele Aggressionen auf dieses Spiel Und deswegen wird das nicht funktionieren Ja, der Gameplay endet jetzt hier noch Ich denke mal, die 10 Sekunden werde ich jetzt Ende laufen lassen Ich wünsche euch viel Spaß Kommt online bei League of Legends Und zockt mit uns zur Runde Ciao 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 Ciao